So, auf geht's zu den Timebusters ins Museumsquartier, in die zwei neuen Räume. Wo ist mein Freund, der Rolfi Nautor? Ah, da schlacht er zwischen den Museen. Wach auf, du voller Hund, du! Komm, weg gehen! Ah! Wohin? Da vorne ins Museumsquartier. Findest du hier, oder? Ja! Wie ein Frosch. Ui! Erst bleibst du bitte da. Ja! Da vorne ist es doch schon. Ja gut! Auf geht's! Links, rechts, rauf, rauf. Das ist wie ein Hund zu haben! Ein schnelles Hund! Wow! Das ist das! Das ist das! Gleich beim Mumok. Da ist's! Erst ich sieh das nicht. Siehst du das? Gehen wir mal zu Mumok, ja. Grüß euch! Hallo! Der Kurs stimmt, meine Freunde. Oh! Oh! So, die Spaßkanone durchgeladen. Und entsichert. Auf geht's! Da muss irgendwo sein, oder? Ich sieh's nicht. Ich sieh's nicht. Na, Alter, hätten wir an die breite Gassen gehen können. Ja, ist scheinbar. Finaler Ziel-Sprint. Da ist's! Ja, oi! Ippi! Nach dir! Nach dir! Na, geh! Danke! Ja! Trottl! So, und wo ist jetzt die Weltenuhr, bitte? War's ja nicht, Herr Offizier!